Von Blue Firefly haben wir etwas Nettes hier bekommen. Ich packe das mal aus. Es ist eine Hundedecke und ein Hundetrockentuch mit einem Leckerli. Und ihr seht auch hier schon, super nett verpackt. Hier gibt es das Leckerli, die 100% Rinderkupferhaut für Luna. Luna wird gleich auch noch in Szene gesetzt. Dann zeigt sie euch mal, wie das Ganze ausschaut am Hund. Herzlichen Dank für die Bestellung. So sieht das halt aus. Nicole von Blue Firefly Universe. Und hier nochmal ein dickes Dankeschön. Der Shop selber ist auch Etsy vertreten und den Shop verlinken wir euch mal unten in der Videobeschreibung und oben in der Infokarte. Zudem zeigen wir euch den Shop im Anschluss an unsere Vorführung mit Luna gleich. Die liegt hier noch. Und schläft. Die weckt man gleich auf und dann darf die mit einspringen. So, hier ist noch eine kleine Information. Der Stick auf den Decken wird mit einem wasserlöslichen Stickvlies gestickt. So verhindert das Vlies, dass die Stiche im Stoff versinken. Sollten noch kleine Reste am Motiv oder an den Buchstaben zu sehen sein, keine Sorge. Sie lösen sich bei der nächsten Wäsche in Luft auf. Viel Freude mit der Decke für euren vierweiligen besten Freund Nicole von Blue Firefly Universe. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. So, nun packen wir mal aus. Und zwar einmal diese. Das ist das Hundehandtuch. Nein, das ist die Hundedecke. Die ist natürlich viel größer. Und hier ist die kleine Hundedecke. Ihr seht auch hier schon Luna drauf gestickt. Ich packe das mal aus. Das ist ein Mikro-Vlies-Tuch. Und... Ach, da ist nicht nur Luna drauf. Da ist auch eine Tasche. So, das heißt, hier kann auch noch was rein. Und das könnt ihr über Luna oder über den Hund hängen. Und ganz viel Spaß haben. Das zeigen wir euch gleich mal an der Luna. Dann haben wir hier nun das bunte Trockentuch. Ja, genau. Ne, das ist die Decke. Das war das Trockentuch. So, jetzt haben wir das. Ich bin dann kein Experte. Aber das ist die große Decke, weil die ist ja viel größer. Und... Ah, die ist aber hübsch. Ihr seht auch hier die Luna drauf. Die Dicke selber ist... äh... relativ groß. Ich würde es mal schätzen 1,50, 1,60. Vielleicht steht hier auch noch was. So, die ist aus 100% Polyester. Die könnt ihr bei 40 Grad waschen. Die könnt ihr in den Trockner packen. Und... Ja, kommt aus Deutschland. Ähm, das was ihr hier gesehen habt, kann man natürlich noch weiter machen. Also die ist dann, wenn man die auseinander nimmt, deutlich über 1,80. Also geht Richtung 2 Meter. Ähm, relativ groß. Superschöne Farbe. Super warm. Super kuschelig. Und, äh, hier drauf dann unsere Luna. Zeigen wir euch jetzt mal zusammen mit der Luna. Luna, kommen wir hier hin. So, das hier ist das Trockentuch. Und das Schöne ist, ihr könnt hier mit den Händen reingehen. Und habt den Hund voll im Griff. Ihr könnt hier... Und die Luna macht das ja alles mit. Bis du keine Lust mehr hast, ne? Komm mal her. Ja. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. So macht ihr das dann. Und dann könnt ihr den Hund richtig trocken rubbeln. So, Hände sind hier drin. War super. Jetzt zeigen wir euch mal die Decke. So, hier kommen wir nun zur Decke für die Luna. Richtig gut. Richtig gut. Oh Mann. Jetzt spielen wir erstmal verstecken. Komm mal her, Luna. Luna, komm mal her. Und, hopp, weg bist du. Na, leg dich mal hin. Da ist die Luna. Hopp. In der Decke eingewohnt, ne? Ja. Ist das bequem? Also, die Decke könnt ihr natürlich nehmen, um den Hund einzuwickeln. Ihr könnt einfach aber auch die Decke auf den Boden legen, sodass Luna oder der Hund sich halt drauflegt. Und, äh... Ja, so ganz schlimm ist es nicht, ne? Guck mal da zur Kamera. Guck mal da. Ja. So schlimm ist es nicht, ne? Hier zeige ich euch nun einmal auf Etsy den Shop von Blue Firefly Universe. Der wird betrieben hier von Nicole. Und hat aktuell 26 Artikel online. Und hat schon fast 300 Verkäufe mit 5 Sternen bewertet. Und hier ein kurzer Überblick. Ihr seht ja auch so die Decke, die wir gerade hatten. Kurzer Überblick über das, was es hier im Shop so gibt. Ah, hier seht ihr auch das Hundehandtuch. Mit dem Wunschnamen drauf. Entsprechend auch die Preise. Den Shop einmal oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung für euch. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.